Die perfekte Kamera erkennt alles. Fahrzeuge, Motorradfahrer, Fahrradfahrer, Linien, Staus und wie du als Fahrer reagierst. Hi! Hi! Ich bin die Sophia und du bist? Hi, ich bin die Lissi. Freut mich! Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Tech-Journey. Dann können wir starten. Was machst du bei AUD? Ich bin Bauteilverantwortliche für die Frontkamera, für die Hardware und für die Software. Die koordiniere ich aus und die einzelnen Funktionen werden von anderen Kollegen verantwortet. Und dieses Zusammenspiel aus diesen ganzen kleinen Bausteinen ergibt dann ein großes Ganzes. Und das funktioniert auch nur im Team. Wo zählt dein Ausgleich? Meinen Ausgleich hole ich mir bei meiner supergroßen Leidenschaft beim Mountainbiken. Mein Blick ist ja da, wo ich hinfahre. Und im Fahrzeug ist es im Prinzip das Gleiche. Die Kamera erkennt eine Gefahrensituation und bereitet den Fahrer auf eine Notbremsung vor. Seid ihr beruflich auch in anderen Ländern unterwegs? Ja, ich war bisher in Schweden. Wir müssen natürlich Heißland, Kaltland erproben. Für die Frontkamera ist es dann schon essentiell, wie verhält sich die Heizfolie dahinter, was passiert in der Schneeschleppe. Also dazu muss man wirklich dann dorthin. Ja. Also wahnsinnig spannend. Wirklich vielen Dank für das tolle Mission Race. Hat richtig viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr, sehr Spaß gemacht.